Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt im Raum, Keiter, Jodl, Krips oder Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Wer schickt sie? Dass sie es wagen, sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, weißt euch das einfach, denn komm! Das Militär hat mir verlogen! Jeder hat mir verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiteres ein Haufen niederverrächtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für sie verblieben... Nichts als Feiglinge! Verräts, ein Versager! Mein Führer, was sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißenes deutschen Volkes!